So, wir kommen in den Tuchhalsch. Wir machen gleich die Spinalanästhesie und noch ein steriles Tuch ausdrücken. Noch ein bisschen kalt andrücken. Okay, dann die Position wie am Anfang, also Kopf nach unten, komm nach unten, genau so. Ich drücke mit meinen Fingern nochmal, auf die Seite auch. Okay, dann so hier bleiben, hier L3, L4, wo ich drücke, kommt jetzt die Lokalanästhesie, Hautanästhesie. Liegt jetzt einmal, Achtung. Okay. Inspiration, negativ, dann drücken ein bisschen. Okay, das reicht. Ich massiere die Stelle ein bisschen. Okay, dann fangen wir an. Ja, die Position so halten. Mein Finger nochmal. Okay. 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 So, dann noch der Siemens von 16¢. Okay, die Stelle ist gefunden, ist gleich fertig. Rekord kommt. Wir spritzen das Medikament, sie werden gleich merken, dass sie warm werden, Beine und Po. Ja, ist gleich fertig, ist alles gut. Nochmal Aspiration, alles gut. Andere zurück. Und dann alles raus. Alles okay. Fertig. Kommt ein kleines Flaster drauf. Kommt, diese 2 weg. Achtung? Ja. Ja. Deine Getaft war, wir sind jetzt mit, dergöter apple. Ja, ich rede. Vielen Dank.